Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Stanley Parable. Ja, die letzte Folge war ja ein bisschen kurz. Wir sind echt schnell gestorben. Und schon wieder begrüßt er mich ein wenig anders. Und ja, jetzt frage ich mich ernsthaft, ob Stanley nicht verrückt ist. Ich mache wieder die Computer aus, wie immer, um Strom zu sparen und hoffe, dass ich im nächsten Raum wieder eingegaben haben werde. Moment, nein, nein. Nochmal zurück. Wo war denn der PC mit der Eingabe? Der ist noch an. Okay. Hey, hier müsste noch irgendwo ein PC an sein. Das sehe ich jetzt nicht ein, also ohne gehe ich nicht. Nee, weiß ich. Hallo? In meinen Raum komme ich nicht zurück, oder? Nein. Schade. Schade, schade. Ich finde den Computer nicht. Sehr kurios. Ich wende mich wieder nach rechts. Ja. Ja, ich weiß das. Ja, so wie immer. Ja. Ähm, das werden wir sogar tun. Aber drücken diesmal diesen Schalter, anstatt auf ihn zu hören. Mal sehen, was passiert. Ich glaube, die Folgen werden auch immer kürzer, je mehr ich hier durchrasche. Und es lädt. Hm, hm. Oh. Okay. Keine Entscheidungsfreiheit. Gut. Was? Ah. Mann, erschreck mich doch nicht so. Was musst du jetzt? Eine Karte rausholen? Komm schon. Da. Ja. Und da bist du dir jetzt sicher. 100 Prozent. Okay. Hallo, Auto. Kriegt man immer Angst, dass man gleich überfahren wird. Okay. Ähm. Was? Wie bin ich hier gelandet? Ich kenne das doch eh schon. Ähm. Nein. Jetzt macht er das schon wieder. Warum? Ja, ja. Das weiß ich schon. Ich mache wieder alles aus. Der Computer ist an. So. Ich wünschte. Moment. Was? 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 Was sind die Stücke hier? Nein. Ja, eben. Dann such doch noch mal in deinen Schubladen. Ich will da rein. Ich will da rein. Hallo? Okay. Okay. Ähm. Das muss doch irgendwie... Kann man die irgendwie verschieben? Ähm. Da komme ich her, oder? Das sind die Türen, die normalen. Nehmen wir doch die. Okay. 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 Was? Nein. Was? Lass mich doch erst mal gucken. Äh. Mann, du bist echt ein Schränkkerl. Ja, das gleiche wie immer. Ja, ja, ich weiß. Wie immer. Also, das Ganze nochmal. Ich laufe schon überall gegen. Ich würde immer noch total gerne in die Nebenräume gehen. So. Danke. Gut, dann gehen wir eben zurück. Wie wäre es denn mal mit, wir gehen in den Bildschirmraum zurück? Moment, kann ich diese Tür da öffnen? Hallo. Irgendeine dieser Türen. Nein. Okay. Aha. Ich wusste, dass wir etwas missbrauchen. Die Geschichte. Hier kommt es. Was? Wieso hier? Was? Ich sehe hier nur blauen Teffel. Okay, versuchen wir es. Ich glaube, das ist zwar sinnlos, aber okay. Was? Was hast du jetzt gemacht? Guck doch mal, was du machst. Also echt, wo schickst du mich hin? Das war alles ein Ruhbau. Das war alles ein Ruhbau. Nein. Ja, doch. Ich denke schon. Ja. Endlich. Oder auch nicht. Dachte ich mir fast. Ich wünschte, ich könnte wenigstens rausgucken und das ist niemals das Ende. Steht da sogar. Ja, super. Jetzt habe ich sogar eine Linie, damit ich auch bloß keine Probleme kriege. Okay, also nochmal. Also wie immer, ich möchte lieber die Computer ausmachen, falls sie an sind. So. Kann ja wohl nicht so dramatisch sein. Oh, ich darf mal rechts rein. Das finde ich super. Was passiert, wenn ich das dann nicht mache? Egal, das probiere ich an einer Maus. Ich muss ihn, ich muss ihn doch ausmachen. Lass ihn mich ausmachen. Nein. Okay, dann nicht. Es wird hier immer seltsamer, oder nicht? Sehr kurios. Du hast, die Linie weiß, wo die Geschichte ist. Es ist in dieser Richtung. Auf geht's, Stanley. Bis zum Besten. Oh, hier ist eine Frage. Okay, du wird trotzdem. Ganz ehrlich, es ist gerade viel spannender, hier lang zu gehen. Was? Wie? Was? Ja, das weiß ich auch nicht. Äh, das ist die falsche Musik dafür, glaube ich. Was? Die Hände ist gut. Die Hände ist gut. Die Hände ist gut. Hat die Musik, ey. Sie dröhnt ein wenig in meinen Ohren. Aber sie macht echt Sturm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020